Das ist nicht aufgesetzt, das ist keine Poser, das ist einfach Zehn Jahre, ja. Ich denke mal die Zeit hat auch ihre Spuren hinterlassen. Wir wollen einfach weiter Musik machen und ich denke mindestens die nächsten zehn Jahre. Die einen sagen es ist die Wahrheit, die anderen sagen es ist Provokation und andere reden davon, dass es einfach politisch nicht korrekt ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich wache in der Morgen, schaue in der Augen und sehe mich. Das ist ein guter Typ. Ja. Wenn du etwas möchtest, dann lass es alleine. Warum abandone es? Oh, das ist die Bombe zwischen der Bombe? Ah!